Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Horizon Forbidden West. Ich wollte gerade Zero Dawn sagen, hier auf dem PC. Wir machen weiter schön, dass ihr wieder am Start seid. Und ja, ähm, sorry, dass jetzt gestern euch ne Folge ausgefallen ist. Ja, heute machen wir jetzt, glaube ich, Folge... Was? Naja. Heute machen wir nicht die Folge. Ja, wir gestern dann ausgefallen, glaube ich, aus Versehen. Ja, aber... Dann zieht es wieder weiter. Ja. Ich bin... Muss ich nicht, ich hab einen Scanner. Ja, ey Leute, damit hat es jetzt nicht gerechnet, ne? Ja gut, also noch mal nach oben. Oh. Ich hab früher gefreut, ähm... Nee. Oder? Was ist das? Hm? Was war das? Ich muss irgendwie da hoch. Ja, fühle ich. Ach Gott, ja. Ich schätze, wenn wir jetzt hier weitergehen, kommen wir hier auch zur Truhe. Ist das? Ich glaube, hier komm ich wirklich nicht durch. Es gibt wohl keinen einfachen Kletterweg nach oben in die Höhle. Aber wenn es hier Tunnel gibt, könnten unter Wasser auch welche sein. Vielleicht führen die zu einem Weg in diese Höhlen da hoch. Unter Wasser. Ich hoffe, ja, muss man mal gucken. Äh, okay, da geht's mal weiter. Warte. Das Problem ist, ich kann nicht so lange die Öpfe anhalten, weil ich das immer noch nicht freigeschaltet hab. Das hat man dafür braucht. Ach, du Scheiße. Guten Tag. Halt still. Wow. Ach, du Scheiße. Wie geht denn? Oh Gott, der Treffer war unnötig. Aber okay. Du schießt noch Pilze. Naja. Geht's hier auf gar nix. Geht's hier auf gar nix. Hm, woher geht das? Ah ja, tatsächlich. Ist hier noch irgendwas? Ah nein, also ich kann sogar auch so irgendwo hingleiten, wenn ich äh... Geht's hier raus zum, äh... Wenn ich Problem... Nicht Probleme hab, sondern äh, wenn ich, wenn der Vorsprung zu weit ist. Genau. Alter, voll die Wortfühlschwierigkeiten. Äh, wenn der Vorsprung zu weit ist, dann kann ich einmal hingleiten, das ist praktisch. Wie bei Batman hier. Warst du gut, dass ich hier so untergesprungen bin? Ne. Oder? Doch, ne, warte. Doch, ich bin auf der anderen Seite. Ich glaub, das war richtig. Aber jetzt müsste ich eigentlich... Ja, ich bin höher. Oh ja, Gott, bitte. Genau, dann kann ich nämlich hier... Ähm... Ist mitnehmen. Geil. Nice. Ah, mehr wie er es findet in der Hülle. Moment mal, will das gehen? Warte mal. Jep. Vielleicht bringt mir das ja was. Nice. Ob ich nicht auch irgendwie hoch... Ne, ne? Nö. Ah, warte mal. Suck. Okay. Easy. 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 Nun schon. Yep. Gott sei Dank. Das war eben knapp, aber wenn schon höher, wenn schon höher, oder? ja was hier sie war schlamm ok 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 gott sei dank hat ihm die knallt davon runter das wird ärgerlich gewesen wo sind jetzt diese breit schlunde sie einfach Wenn sie zu ihm gefallen sind, und wenn ich leise genug bin, dann komm ich an die Hand, ohne dass die Maschinen mich sehen. Hab sie ihn. Ja. Ja. Oh. Hm. Ja. Hmm. Okay, die eine Hälfte habe ich schon. Wo, 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 wo ist der, wo ist der Wurm hin? Ah, der ist weg, das gefällt mir nicht. Wie geht er jetzt? Alles gut. Alles gut. Alles gut. Nein, nein, nein. Komm, ich brauche noch drei Stück. Komm, mach mir jetzt da keine. Komm. Alles gut, sein Kollege. Was ist denn da? Ach, die Höhle. Ach, du Trommel. Ah, das war die Tür dann. Ah, sehr gut. Lauf. Oh, oh. Wie der aussieht. Ach, du Kacke. Hm. Ja. 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 gut dann werde ich meine ich meine werfe krümmeln von zur kühe zurück zurückgehen sehr gut okay verpissen wir uns nein okay das lief gut ja es lief gut wohl von lagen warte ist ja wasser da kann ich ja einfach rein hopsen nein genau soweit kommt ja weiß ich danke danke dass da auch wenn ich jetzt auch jetzt gekommen da ist er der gute ich habe was du brauchst keinen moment zu früh was ist mit was ich hab seine tasche wieder hoffentlich die letzte die ich begabe aber jetzt muss ich die waffen vorbereiten hoffentlich wird das reichen wird reichen müssen gott da kommen unsere gegenspieler hey scharf ist ein bogen natürlich also bist du gut nachladen ja da war es ja zwei seure ich bin dran oh 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 fack scheitte Oh mein... Ja, genau, der gab... Ja, ich bin... eingebaut. Jetzt verpilzt dich! Ja, ich kann nichts kennen. Ja, okay, wow. Ja, direkt davor schon. Bin ich hilfreich? Oh Gott, ja. Ah, die Klappe! Get, get, auf, weg! Du willst du aber... Okay, ich hab du. Ja, wo? Ja, natürlich, Digga! Ja! Ja! Komm schon, komm schon! Ja! 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 Ja, ja, hier ist auch noch was, hier ist auch noch was Schönes, nehme ich natürlich auch noch was zu schönes, noch ein paar Metallscherben gerne natürlich in der Stelle. Genau, 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 und gut, ja, das haben wir jetzt ja gemacht. Nehmen wir jetzt auch ein Ornament. Was? Ah, stimmt, das können wir nicht machen, stimmt, ich erinnere mich. Das war eine scheiße Idee, die ich nicht machen konnte. Jägerfeil, ah, ja, genau, hier wollte ich ja noch in der Jagd gehen, äh, für meinen Jägerfeil, und dann müsste, oh Gott, dann müsste man einen noch zum Eichhörnchen scheiß sagen, oah. Könnte man auch die, die Karte, das, die paar Dinger immer aufdecken, aber, das würde ich sagen, nicht mehr jetzt. Ich würde sagen, ich danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat das heute gefallen, und dass ihr ein bisschen Spaß habt mit der Folge. Beim nächsten Mal geht es ja wieder, wie gewohnt, weiter, ein bisschen Reinholds-Habby noch, sehr gut, aber es geht auch, auch das geht schnell, alle, ne? Wir sind noch Bärenmochen 153, geht schnell, das geht schnell, darf man nicht vergessen. Aber, ich würde trotzdem sagen, ich danke, wie immer, fürs Zuschauen, fürs Mit-Dabeisein, ich hoffe, euch hat diese kleine Folge hier Spaß gemacht, und beim nächsten Mal geht es wieder weiter mit Let's Play Horizon Forbidden West, hier auf dem PC. Ich danke, haut rein, euer Pariser, ciao, bis zum nächsten Mal, tschüssi, bis dann. Bis dann,�ません Interstellungs obeln 3 4 4 5 5 15 15 15 15 16 14 18 15 15 15 16 16 20 15 15 16 16 DJ D Ja.